Wir sind mit Feigencreme. Am Gourmet 1 haben wir heute eine Flugendenbrust und ein Süßkartoffelpüree. Gegenüber haben wir einen Flittal mit einem Gramm-Risotto. Und natürlich haben wir uns heute das Chef-Buffet Aldiana mit ungefähr 5,4 Millionen Kalorien. Und wie heißt es so schön? Vier Sekunden auf der Zunge sind oftmals vier Jahre auf der Hüfte. Das ist natürlich alles geplant, dass ihr noch lange an die unbeschwerde Zeit, hoffentlich unbeschwerde Zeit, hier bei Aldiana Alcadessa zurückdenkt. Ihr könnt aber heute genießen, nach Herzenslust, denn wir haben heute Abend wieder Party angesagt. Das heißt, heute findet die letzte Beach-Party des Jahres 2014 statt. Und wir hoffen, ihr seid alle mit dabei unten am Beach. Und zwar treffen wir uns ab 21.45 Uhr erstmal hier am Pool. Da möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch die Verantwortlichen und die Abteilungsleiter des Aldiana Alcadessa vorzustellen. Und heute ehren wir sie auch, die Mitarbeiter des Monats August. Ja, natürlich, September ist ja noch gar nicht vorbei. August. Und die sind schon ganz aufgeregt, vor euch, vor ihren Gästen, diese Ehrung hier entgegenzunehmen. Dann ziehen wir alle gemeinsam runter an den Beach. Und da heißt es dann Beach-Gala. Und ihr seid mit dabei. Für die Damen ein kleiner Tipp. Die Pöms würde ich dann auswechseln, ein flaches Schuhwerk, denn wir sind unten natürlich auf der Wiese. Ansonsten könnt ihr bleiben, wie ihr seid. Ihr merkt ja, kein Wind, es wird eine laue Sommernacht. Und die werden wir natürlich in vollen Zügen genießen. Mit Show-Einlagen seitens der Animation und natürlich dem einen oder anderen leckeren Getränk. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr seid natürlich alle mit dabei, das ist keine Frage. Jetzt wollen wir das Restaurant aber öffnen, wie mit einem Spruch. Und den habe ich mir heute ausgesucht. Passend für euch, obwohl er gar nicht auf euch zutrifft. Denn ihr könnt ja alle genießen. Denn wie heißt es so schön, wer nicht genießen kann, wird irgendwann ungenießbar werden. Da mache ich mir bei euch keine Gedanken. Deswegen habe ich den heute gesagt. Ich wünsche guten Appetit, Bon Proveggio. Und das Restaurant ist eröffnet.